Christa Meier, Sie sind frisch gewählte Stadträtin von Winterthur. Winterthur ist neu wieder in linker Hand. Wie ist das für Sie am Tag danach? Es ist eine riesige Freude. Das ist das, was wir jetzt vier Jahre daraufhin gearbeitet haben. Und es ist schön, dass uns das gestern gelungen ist. Warum, denken Sie, hat Winterthur einen Wechsel wollen von einem rechtsbürgerlich dominierten Stadtrat hin zu einem links dominierten Stadtrat? Es ist so, dass Winterthur ja eigentlich historisch gesehen eine linke Stadt ist. Und ich glaube, es ist wirklich jetzt einfach ein Zurückgehen zu den Zuständen, die wir eben bis vor vier Jahren hatten. Der bürgerliche Stadträt hat vor vier Jahren Versprechungen gemacht, die er noch nicht hätte einlösen können. Und das haben die Winterthurerinnen und Winterthurer gemerkt. Und ich glaube, sie möchten wirklich die Stadt wieder in Bewegung bringen. Jetzt hat man wieder die Mehrheit im Stadtrat von Winterthur. Was wird sich konkret ändern die nächsten paar Jahre? Es wird wieder eine linke Politik geben zu Winterthur. Das heisst, Themen wie Energiepolitik, wie Stadtentwicklung, wie Verkehrspolitik werden einen neuen Touch bekommen. Und eben wirklich in einem linken Sinn wieder abhackt werden. Was ist vielleicht ein bisschen Ihr Kernanliegen? Warum stehen Sie im Winterthurer Stadtrat neu ein? Was wollen Sie erreichen? Ich möchte eine städtische, urbane Politik machen. Da gehört eben eine nachhaltige Energiepolitik dazu. Da gehört eine solidarische Politik dazu. Und da gehört vor allem eine Zusammenarbeit mit der Bevölkerung auf Augenhöhe dazu. In Winterthur ist das Thema Sparen schon lange aktuell. Winterthur will immer sparen. Denken Sie nicht, dass es da ein bisschen schwieriger wird, wenn jetzt ein linker Stadtrat ein Ruder in der Hand hat, dass dann Sparziele noch eher verfehlt werden? Man hat in der letzten Zeit ein bisschen fest die Spardebatten einfach aufs Sparen reduziert. Es ist für mich völlig in Ordnung, dass wir unsere Ausgaben analysiert haben und dass wir auch gewisse Einsparungen gemacht haben. Was aber ein bisschen zu kurz kam, ist die Einnahmeseite. Mit Steuersenkungen kommen wir auch auf keinen grünen Zweig. Wir müssen die ganze finanzielle Situation ganzheitlich anschauen. Und da gehört die Einnahmeseite und die Ausgabeseite dazu. Und das ist linke Politik. Jetzt gestern ist nicht nur in Winterthur abgestimmt worden, schweizweit No-Bilag. Linke Parteien haben sehr Freude am Resultat, dass No-Bilag abgelehnt worden ist. In Zürich ist gewählt worden, auch dort ein Erfolg für die Linken. An was liegt es oder wie schätzen Sie das ein, dass jetzt da die Linken so ein Freudefest veranstalten können? No-Bilag hat sicher mitgespielt. Diese Initiative ist ein massiver Angriff auf den Servicepublik. Und der Servicepublik ist etwas, was sich die Linken sehr stark dafür einsetzen. Von daher hat uns die Mobilisierung für diese Initiative sicher auch bei den Wahlen geholfen. Die SP Winterthur hat sich schon bei anderen Privatisierungs- oder Auslagerungsgeschichten ganz klar für den Servicepublik eingestellt und eingesetzt. Und ich glaube, das ist einfach eine logische Konsequenz, das Wahlergebnis von gestern. Also Sie glauben, die wenigen Bürgerlichen, die für die No-Bilag waren, haben sich den ganzen Bürgerlichen mit dem eigentlichen Bärendienst erwiesen, mit dieser No-Bilag-Initiative, in dem sie den Servicepublik haben versucht, zu torpedieren. Es ist nicht wirklich an mir, die Fehler der Bürgerlichen zu analysieren, aber das hat sicher mitgespielt, ja. Wenn wir jetzt über Winterthur aussehen, auf die ganze Schweiz, ein Wahlerfolg mit No-Bilag mit den kantonalen Wahlen für die Linken in der Schweiz. Was bedeutet das für die Zukunft der Schweizer Politik? Ich glaube, das ist ein klars Verdikt eben für den Servicepublik. Und es ist völlig klar nach so einem Abstimmungs- und Wahlsonntag, dass weitere Angriffe auf städtische oder tätliche Institutionen eben müssen abgewehrt werden. Und da haben wir sicher jetzt einfach die besseren Karten in der Hand. Aber bedeutet das nicht ein Stückchenweise, dass man einfach Status Quo erhält? Das ist ja manchmal ein bisschen der Vorwurf an die Linken. Es läuft gerade gut, man erhält den Status Quo. Besteht da nicht Gefahr, dass man dann auch ein bisschen stehen bleibt? Es ist einfach der eine Bereich, den man möchte erhalten. Und das ist wirklich ein Bereich, der für eine solidarische Gesellschaft ganz wichtig ist. Wir müssen Angebote haben, die für alle erschwinglich sind. Wenn man privatisiert, dann ist schnell mal Gefahr da, dass die einen sich das leisten können und die anderen nicht mehr. In anderen Bereichen darf sich durchaus etwas bewegen. Ich denke eben zum Beispiel an eine nachhaltige Energiepolitik. Jetzt sind wir darauf angewiesen, dass wir wirklich jetzt neue Projekte anpacken und wir können unsere Energie gerne auf das verwenden. Wie schafft es die Linke, da gemeinsam am gleichen Strick zu ziehen? Sie sind jetzt Stadträtin von Winterthur. Vielleicht können Sie da selber sagen, wie schafft man das über Stadtgrenzen aus, Linke-Politik erfolgreich zu etablieren? Es tut das, dass man wirklich einfach in einem steten Austausch ist miteinander. Kanton, Gemeinden und der Bund sind gegenseitig voneinander abhängig. Und es funktioniert nur, wenn man wirklich miteinander spricht. In letzter Zeit ist es häufiger so gewesen, dass gerade grosse Kostenberge einfach von der einen Ebene auf die anderen umgelagert worden sind. Das hilft unter dem Strich nie nicht. Wir müssen wirklich zusammenarbeiten, zusammenarbeiten und zusammen Ziele verfolgen. Bis zum nächsten Mal.